So, und da sind wir wieder zu einer neuen Folge Never, dem Überlebenssimulator für geistig Behinderte, die richtig geil auf Dämonen stehen. Ich habe ein wenig gewartet, bevor ich hier weiter gemacht habe, und ich habe gemerkt, dass wir gerade zwei Level gestiegen sind, denen wir was gegessen haben. Ja. Hammergeil. Okay, ähm, so, ich habe ein klein wenig gewartet hier einfach, ähm, ja, das heißt, wir haben nichts verloren, ich habe mich nicht ausgeloggt oder so. Alter, wir haben 200 Leben mehr als normal. Ähm, die zwei Mongos von der vorherigen Folge, die mit der Pistole, ich dachte, da war was, sind jetzt weggelaufen und wir werden uns in dieser Folge zu dem High-Rise Outpost hier bewegen. Und dazu können wir alles gerade auslaufen. Ja, alles gerade auslaufen. Hammergeil. Voll Ereignis. Voll. Yay. Wir werden natürlich nicht ganz gerade auslaufen, denn, ist ja langweilig, wir werden hier, denke ich mal, so, hier mal, da am Military-Grain-Silo... Naja, das ist Clint von einem anderen. Da laufe ich lieber nicht vorbei, ich will mein Zeug nicht verlieren. Ich will, ich will Geld kriegen. Geld bleibt nämlich im Account drin, ne? Man verliert immer nur, keine Ahnung, 150, wenn man stirbt oder so. Ähm, deswegen will ich mein Cash hier kriegen und da ist schon ein, ein Golem, der hier, der hier mir sagen will, ne, fick die Hände, du kriegst dein Geld nicht. Du kannst mich am Arsch lecken. Aber wir sehen, der Golem ist auf der einen Seite, wir sind auf der anderen Seite. Und das heißt, wir können da aber eiskalt vorbeilaufen. Yay. Er hört uns auch nicht laufen, das ist gut. Ich hab einmal einen Golem getötet und da war ich froh, dass ich eine Shotgun hatte. Alter, noch ein Golem hier. Was geht denn da ab? Warte, ich geh mal an einen höheren Punkt. Glaub ich gerade echt zu diesem Militärspot, ne? Will ich aber gar nicht. Kommt mir zu gefährlich vor. Ach, fick die Hände, komm. Aber wir gehen da einfach rein. Bestimmt eine Safe Zone, in der wir nicht abgeknallt werden. Manchmal hoffe ich, dass ich sowas nicht gesagt hätte. Denn, äh... Oft, wenn ich sowas sage, Passiert dann genau das. Capturing. Will aber nix capturen. Ja, durchlaufen. Kein Bock, dass dann irgendjemand hier ankommt und sagt, Ey, kill'n dich, weil du hier capturen willst. Schnell raus hier. Ist auch ein Zeichen gewesen, dass ich jetzt da war. Gar nicht gut. Wenn wir nicht sneaky. Ich hab Schiss, dass andere Spieler da vorbeikommen. Mir dann hier dann einmal einen Schuss vor die Fresse gegeben. Gut, wir gehen einfach weiter. Noch nichts passiert. Können wir die Granate testen. Schiff, bitch. Auch Granate. Okay. Brennender Heli. Wetten, der macht doch keinen Schaden. Na. Normal. Feuer hat hier keinen Einfluss. So kenn ich's im echten Leben genauso. Denn ich kann im Feuer stehen, so. Kein Problem. Ja. Kitzelt wenig, aber... Geht mir im Arsch vorbei. Was ist denn das da hinten? Eine Laterne, oder wie? Sieht aber komisch aus. Da hinten ist wieder... Das ist ein Schrieker. Das war eindeutig ein Schrieker. Das war kein... Kein Schrecker. Keine Ahnung, wie ich den nennen soll. Ein Schrecker. Kein Golem. Kein Großer. Es fängt hier auch schon an, hier... einfach so Monster zu geben. Womöglich, weil wir halt einfach in der Wildnis sind. Nicht ins Wasser fallen. Nicht gut. Wir wissen nämlich, dass unser Typ nicht schwimmen kann. Weil er ein wenig behindert ist. Wir schleichen uns hier an diesem Schrieker vorbei. Boah, ich hab mega Bock hier mal schnell zu gucken, ob da was ist. Aber ich lass es einfach mal lieber. Wir wollen eher Geld und Stuff kriegen. Und deswegen laufe ich einfach hier weiter. Komm, 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 komm. Ist alles ruhig. Kein Gegner da. Deswegen sowas spiele ich lieber auf Servern, die leer sind. Oder fast leer. Kannst du dir Geld schärfeln ohne Ende und hast nur Angst vor Monstern. Aber ich hab halt diesmal gesagt, nee, fick die Hände. Kein Bock drauf. Mehr Spaß muss sein. Mehr Schockmomente. Uiuiui. Da. Alter. Komm. Das ist gefundenes Fressen. Aber ich kann man nicht mehr hoch, oder? Doch. Hier. Da. Sorry, Leute. Kleine Exkursion muss sein. Aber bei solchen Zelten findet man immer mega viel Loot. Komm. Na, wenn schon so eine Chance ist. Dann nutzen wir die auch. Na, komm. Bitte. Hm. Das ist scheiße gelaufen, wa? Doch nicht scheiße gelaufen. Komm, ich glaube, ein Päckchen droppen wir mal. Shotgun Frame. Die Grim Reaper. Gucken wir mal. Ich glaube, die war ziemlich gut. 330. Wir ziehen mehr, Bitch. Also weg mit der Kacke hier. Aber wir können das Päckchen nicht mehr tragen. Ich glaube, das war irgendwie ein Bug vorher, dass wir das tragen konnten. Besser so. Aua. Jetzt haben wir sogar gehört, dass es weh getan hat, ne? Er fühlt auch Schmerz. Ab einer bestimmten Fallhöhe von, keine Ahnung, 10 Metern oder so. Hier ist wieder was zum Looten. Na, komm, komm, komm. Gib mir irgendwas Gescheites. Auf der Seite. Barrel. Scope. Und dann Bullshit mal wieder. Ah, ich dachte schon, irgendeine Savings war bei uns in der Nähe. Wir haben jetzt schon ganz schön viel hier dabei. Ich hoffe, dass wir dann damit auch was anfangen können. Weil die da eine Waffe zu haben, wäre nämlich schon schön. Hat sich doch gelohnt, kurz mal Looten zu gehen. Boah, ich wäre gerne auf dem Ding da drauf, ne? Ist ja so mega einfach, weißt du, da läufst du einfach mal schnurstracks da rüber. Musst dich nicht ankotzen, irgendwie, dass da unten Monster sind oder so. Na ja, gut, schneller greift es, glaube ich. Alter. Wir gleich verstecken. Spawnen da direkt vor uns die Viecher, ne? Habt ihr das gesehen, wa? Da hatte ich auch kurz einen Schiss in der Hose. Tja, wie gesagt, oben wäre es natürlich, glaube ich, geiler. Komm, wir rennen kurz. Wir müssen da jetzt echt rüber. Das heißt, einmal oben drum, ne? Komm. Zack, das schaffen wir. Na komm. Hier kommst du wohl noch. Alter, ich hab mich bei dem Ton erschreckt. Was hat dem jetzt so Damage gemacht? Bescheuert. Richtig bescheuert. Ah, ich glaube, da geht's hoch. Sieht leicht so aus, bin mir aber nicht sicher. Nee, am Arsch, Junge. Komm noch nicht drauf. Man kann da reingehen. Man kann da reingehen. Machen wir, machen wir. Alter, hab ich mich erschreckt. Alter, dieser Ton, ey. Diese Scheißwasser-Animation. Meine Frisse. Die meisten jetzt, die denken so, was für ein Schisser her, aber ich bin schreckhaft. Ich erschrecke mich bei jedem Dreck her, ernsthaft. Da geht's hoch. Da geht's hoch. Auf einmal dieser laute Ton, ne? Gut, ich gehe jetzt nicht weiter hoch, denn wir haben aber noch eine Mission vor uns. Wir sind auf dem richtigen Weg. TFA hat irgendwas, äh, gecaptured. Können sie so ruhig machen. Scheißegal. Ich kämpfe alleine. Mein Clan ist mir eh egal. Es wird langsam Nacht. Und wir müssen... Halb rechts. Äh, halb rechts, ja. So möglich ist da, das Riesendingstar ist. Bestimmt der Outpost. Das lustige ist, weißt du, wenn wir zusammenspielen wollen, müssen wir erstmal hier zueinander finden. Das ist bei dieser Riesenmap schon mal nicht so... nicht so ganz gewährleistet. Da leuchten Sachen. Das sind, glaube ich, die Trader. Das sieht schon mal ziemlich gut aus. Fast haben wir es geschafft. Das ist natürlich jetzt richtig geil, aber da steht dann so einer. Denkt sich, ich fange hier einfach alle ab, die reinkommen und ballert mich weg. Das ist ein Hobbyloser, ne? Safe Zone. Safe Zone. Safe Zone. Safe Zone. Schönste Nachricht ever. Hallo. Wir sind da. Hallo. Warum antwortet mir keiner? Na gut, egal. Dann nicht. Ja. Friss die Scheiße, Alter. Craft. Craft. Das heißt, wir haben jetzt 3200 Geld. Alter. Wenn er 1000 Geld kriegt, oder wie? Ach, wir sind Level 12. Ja. Hier steht aber was anderes. Ich habe das Gefühl, wir sind Level 19. Dann würde ich sagen, nehmen wir aber was anderes. Hier ist Stealth. Level 14. So, das nehmen wir. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Stamina. Das nehmen wir. Verteidigen. Ja, läuft. Brauchen wir nicht. Hm. Hm. Ich nehme mal Strength. Noch eine Runde. Noch eine Runde. Level 18. Joa. Level 19. Ah, der hat ganz viele Päckchen bei der. Level 19. Ah, das ist auch ein Trader. Ah ja. Mega geil. Jetzt haben wir 3200 Geld. Und ich glaube nicht, dass das wenig ist. Jetzt würde ich sagen, gehen wir noch da hinten irgendwo gucken. Was es da noch so tolles gibt. Da ist Vlads Weapon irgendwas. Hier, hold it to craft. Ah, hier kann man mit, mit Kaugummi kann man sich dann Geld und Cash und so machen. Aha. Interessant. Der hier ist das gleiche. Okay, wusste ich gar nicht. Ja gut. Ja gut, man entdeckt ja die Scheiße alles immer noch. Wir haben immer noch keine Waffe, die wir craften können mit dem ganzen Bullshit, den wir bis jetzt gefunden haben. Oh, das ist aber ärgerlich. Hold it to craft. Auch nicht. Oh. Das ist aber nervig. Naja. Delivered respect to the green trailer in the train yard trade outpost. Train yard ist das, wo wir vorher waren, ne? Ja. Ich würde sagen, wir sammeln jetzt hier noch ein paar Päckchen ein. Gucken uns noch kurz ein wenig um. Wie es hier denn so aussieht, ob es vielleicht noch einen anderen Trade-Igut oder so ist. Da ist ein Päckchen. Zwei sogar. Was sagt uns dieses Päckchen? Green trailer, green trailer. Okay. Kann man auch aufnehmen. Green trailer, green trailer. In the tower trade outpost. Tower trade outpost. Das ist aber was anderes. Da ist der tower outpost. Dann werfen wir das wohl weg. Tower trade outpost. Was können wir wegwerfen. Brauchen wir nicht. Wir gehen wieder zurück. Da, wo wir die anderen gefunden haben. Auf dem Weg. Weiß ich nicht. Den Weg. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Oh. Oh. Der Global Market. Das hört sich schon mal gut an. Da ist noch mal eine Schoffel. Geil. Store. Sollen wir jetzt irgendwas leisten? Ich glaube, wir kaufen uns nochmal. 50 Hunger. 70 Hunger. 5 mehr. Guck mal. Jetzt mal hier kurz hier. Also. Kurz mal nachdenken. 25.30. 50 Hunger. 70. Jetzt hilft ihr alle mal kurz nachrichten, was hier billiger ist. was es mehr bringt zu kaufen. Hm. Auf jeden Fall. Weißt du, ich würde mir sowas holen. Afterburner. Ah, der Afterburner. Geil. Der Afterburner. Genau. Hammergeil. Wie solche Masken zu holen. Oh. Was ist das denn? Silver Bindings. Bindings. Weiß aber nicht, was die bringen. Sheet Metal. 50. Ah, hier gibt's Waffen. Sieh, ich hab, die ist 50 wert, ne? Also hier. OP-Waffe schlechthin. Battleaxe. Und alter, Katana, hey. Komm, komm, wir sind solche reichen, ma fucker. Wir holen uns ne Katana. Equip. Equip. Sell. Ah, wenig rausgekriegt. Gut. Flare, Flashbang, Frackranet. Gleiter. Ja, Mann, nein, ein Gleiter will ich haben. Und Sonic Repulsor. Port of Antinever Device, like those found in Saison, that will repel any never in a small radius. This device has it on power and will be broadcast for a few seconds. Okay. Ah, geil, aber man kann sich hier Sachen kaufen. Was hat das denn? 100 hat das gekostet? Guck mal. Too heavy? Too heavy. Weißt du, ich würde die Scheiße einfach rausnehmen und verkaufen, ne? Ah, gut, da kann man Sachen kaufen. Ah, verdammt, nochmal schnell schauen. Äh, weil dann können wir uns vielleicht ne Waffe craften. Runterscrollen, 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 runterscrollen. Ja, ja. So, wir können uns... Hier, gucken wir mal. Da. Shotgun Frame. Pistol Frame. Foscop, Swamerscope, Barrel, Autozeugt. Rifle Frame. Shotgun Frame. Shotgun Frame haben wir, glaub ich, da. Ja. Da ist das gleiche. Pistol Frame. Und Rifle Frame. Ich guck mal nach. Rifle Frame und Pistol Frame können wir uns holen. Dann rennen wir mal kurz zu Vlad rüber. Na, Vladilein? So. So. Das da und das da. Das da, das da und das da. Kann man das hier kaufen? Weiß ich grad nicht. Ähm. Ich glaube, man braucht dieses Doppeldings da immer noch. Rifle Frame kann ich holen. Das da, das da, hab ich glaub ich nicht. Hier ist wieder so ein Pistol Frame. So eins hab ich. So ein Barreldings. Automatikdings. So ein Dings. Ah, so eins hab ich auch noch. So eins. So eins. So eins. Kein Doppelten. Aber das da hab ich. Von den beiden hab ich keinen. Das hab ich, glaub ich. Das hab ich nicht. Das hab ich auch nicht. Boah, das nervt. Dann können wir also doch nichts craften. Was sagt der hier? Ne, der will nur Kaugummi kaufen. Gut, ich will mal sagen, ich nehm mir, ich nehm mir, ich nehm mir trotzdem was mit. Ich kauf mir so ein, ähm, ein Rifle und ein Pistol Frame. Äh. Oder eins von beiden. Hm. Hm. Das ist ne gute Frage, ob ich das machen kann. Wir droppen das hier mal kurz. Nehmen das ins Venetat. Sell. Ja, verkauf die Scheiße. Das da. Creature Mode. Play Level 20. Ich weiß jetzt nicht, was wir als Spezielles haben, äh, aber. Wir fressen erstmal richtig dick hier das hier. Und nochmal. So. Jetzt haben wir da volles, volles, ähm, Lebensding. Äh, dann glaub ich, kauf ich nochmal zwei Stück. Prochase. Prochase. Ja, zwei Stück, ne? Ähm. Bandages, über die ich jetzt gerade echt, glaub ich, ich nehm auch mal ein paar mit. Ich glaub, der hat die nicht genommen. Doch. Ach, stimmt, das ist XP und das ist Cash. Hä, 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 ich hab das Falsche geguckt. Yay. Aber geil. Ich glaub, ihr habt euch die ganze Zeit gewundert, warum ich so, warum ich so denke, so, ja, ich voll der reiche, ma fucker. Und dann hab ich eigentlich gar kein Geld mehr. Nice. Gut, wir machen hier noch den letzten geilen Kauf. Pistol Frame holen wir uns. Denn Pistolen sind schon nice. Wir dürfen halt nicht sterben, wa? Das wäre natürlich blöd. Also dann, wir holen da Brunner. Wenn wir respawnen, dann respawnen wir an so einem richtig dummen Ort. So, wir testen wir mal demnächst. So, wir haben jetzt Stuff. Wir wollen nichts craften. Gut, dann würd ich sagen, war ne erfolgreiche Runde. Und, ja, das nächste Mal laufen wir hier lang. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.